Yo Leute, willkommen zurück. Daumen nach oben, wenn es euch gefällt hat. Und weiter geht's, wir zählen auf Mana! Nein! Oh, drauf! Erdrutsch! Jawoll! Oh! Was, nur eins? Ja, das bringt ja nix! Ah, was denn Leute! Verschießt Feuerbälle! Eins! Auch nicht effektiv, aber dafür gehen meine Attacken hart ab. Was hilft denn gegen sowas hier? Blitz! Überschleim? Warte mal, ein Windbrand. Aber ein Schleim macht so ein bisschen Wind nichts aus, oder? Oh ne, auch nur eins. Der wird kleiner! Dann doch ein Blitz! Was war das denn? Die ist tot! Na, 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 na! Okay! Ja! Ich hab ne Idee Leute! Und zwar... Wir analysieren einfach! Und was sagt er? Verfehlt! Ich hab' da! Ich hab' da! Ich hab' da! Okay, ich glaub' der bringt... Ich muss... Krass, ich kann den rauslaufen! Ich dachte, ich bin nur in der Blase drin! Weg! Boah! Boah! Kommen Sie jetzt von seiner Größe zu urteilen, hat er doch ganz schön eingesteckt schon! Hilfe! Nein! Nein! Ohhhh! Und... Popoi! Und? Ich krieg' auch direkt was! Und was nehm' ich? Ich nehm' ein Bonbon! Komm, ihr habt noch genug Schokolade. 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 Na gut. Warte mal, jetzt probier ich's. Jetzt aufladen. Nein, geh weg. Jetzt treff ich nicht. Nein. Komm schon. Warum treff ich nicht? Hilfe. Ja. Land auf. Ey, was ist das? Ich möchte gerne TP aufladen. Auf alle! Vorsicht! Lau! Boah, 86 nur. Warum lade ich auf? Yeah! Besiege Hypo Schleim! Die Nase schuckt. Tudu, bravo! Wie, nicht komplett aufgeladen? Achso, die Magiepunkte lädt er gar nicht auf. Lanzenorb erhalten. Guck mal, wer da ist. Ich bin Umbra, das Elementar der Dunkelheit. Vor langer Zeit war ich der König von Marvoliar, der Unterwelt, bis mich die Helden jener Tag hier eingesperrt haben. Ihr habt das Segel gebrochen. Meine Kräfte sollen eure Belohnung sein. Umbras magische Kräfte erhalten! Das heißt, neuer Zauber. Oder mehrere neue Zauber. Ja, das machen wir noch. Der Mana-Samen und das Mana-Schwert resonieren im Einklang miteinander. Ja, nice! Und, jetzt möchte ich halt mal gucken, ne? Wir laden das mal komplett auf. Level 1, Level 2, Level 3, 4, 5. Fupp, 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 fupp. Aber man braucht so lange und man kann sich in der Zeit dann nicht bewegen, wenn er anfängt hier. So langsam wird er dann. Ja! Aber egal, wir haben das geschafft. Aber das war ja nicht Luna, ne? Wir haben jetzt nur einen neuen Zauber dazu bekommen. Ich schicke ich erst mal aus, was der kann. Oder wie das heißt. Wie will ich den jetzt nicht anb... Hä? Ah, guck mal, Umbra hier unten. Aber der hat noch Tod vor der Finsternis. Eine Welle der Dunkelheit trifft Gegner. Warte mal, wo bin ich jetzt? Welchen habe ich denn an... Eine Welle der Dunkelheit, 8 MP, lässt die Energie der Gegner verfliegen, 2 MP und setzt Gegner MP auf 0 und beendet jegliche Verteidigungs-Magie. Also, das ist cool gegen Magie-Gegner halt. Die Frage ist nur, wie effektiv das ist. Das war schon irgendwie cool. Ja, ich laufe jetzt immer so ein bisschen komisch, damit die hier nicht hängen bleiben. Wobei jetzt eh egal ist. Die Monster sind weg. Ich kann hier eigentlich einfach rauslaufen. Ich könnte auch mein Fluchtspeil benutzen. Mache ich jetzt auch. Ja, wir sind ja draußen. Guck mal, wie stark wir sind. Also, gar nicht viel stärker, aber... Doch, der Bienenbomber. Plupp. So, jetzt gehe ich mal da oben lang. Habe ich so schön auseinandergenommen. Komm, hau rauf, Popoy. Ja, geht doch. Los, die Kabinenbomber, wo kommt der her? Bombe, Bombe. Wenn die Streams losgehen, dann kann man auch mal ganz viele verschiedene Spiele zocken. Hier können wir aber öffnen, denke ich, oder? Heilkräuter, kein Platz. Ne, genau. Denn, ähm... Weiß ich gar nicht, wie das hieß. Boah, das muss der Berg sein. Boah, Sanda hieß das Spiel. Ich habe nur so gesuchtet und ich wollte es schon mal wieder zocken. Boah, guck mal, was das denn für lustige Piecher. Kleine Küchen. Aber die sind böse, die wollen bestimmt angreifen. Puff. Schlummerblume. Hör auf damit. Von dem habe ich das bekommen, vor den Küchen. Steche ich dich ins Auge. Komm mit. Habt ihr jetzt echt das Fehler oben angegriffen? Da oben wird gekämpft. Boah, ich dachte gerade, das klappt nicht. Flora Fatale. Was machst du denn da unten? Ach, da kommt noch so ein Bomber hier. Hohoho. Hier wurde ich. Komm, lauf. Beweg dich. Ah, die haben beide aufgeladen. Deswegen sind die stehengegeben. Das ist, wenn die mal so ein bisschen so ruckeln. Hey, der Witka. Komm mit rüber. Hui. Oh, Raffi. Warte. Erst das Küchen. Töten. Ich liebe Bergsteigen. Maunst du irgendwas? Mach dir gute Preise und speichern kannst du bei mir auch? Ja. Speichern. Kann man mal machen. Und kaufen. Hatten wir ja schon. Haben wir alle schon. Oh, alter. Papas. Über 80.000. Oh, das war voll. So, wie ich schon sagte, ne? Also, ich hab so viel Kohle. Ich brauch eigentlich diese Kisten gar nicht mehr öffnen. Auch geil. Guck mal auf der Minimap. Da ist voll... Achso. Ich hab mich grad gewundert. Da ist so ein mega Himmel, obwohl hier halt noch Wald und Berge sind. Aber die sieht man auch auf der Minimap oben. Ganz minimal da unten. Auf der Ebene. Auf der Höhe. So. Ah, ich kann jetzt leider... Na, es ist alles mit Verzögerung. Ich dachte, ich kann im Sprung schon auf den Randy wechseln. Ging leider nicht. Das ist voll Cocker Trice. Der Name sagt mir irgendwas. Kann sein, dass hier noch ein großer gibt. Ja, tapfer schön, wie du hier unten noch kämpfst. Helf dir mal. Okay. Noch nicht? Jetzt. Beide verfällt. Ah, wie gesagt, ich bin toll. Ich weiß jetzt, was meint... Oh, ich mach nochmal... Äh, Corti LP. Dem hab ich unter anderem Arc zusammengespielt. Und auch, äh, Minecraft. Einige Projekte. Der hat gemeint, dass... Das Remake halt schlecht ist. Soll doch lieber das Nintendo-Spiel spielen. Aber... Nintendo hab ich nicht mehr. Also, den SNES. Und... Ich wüsste auch nicht, wie ich das dann capturen soll. Dann muss ich erst eine Capture-Card holen. Anu, hier kommt ihr nicht weiter. Der ehrwürdige Weise ist im Moment nicht hier. Das gibt's doch nicht. Er ist so Goldinsel aufgebrochen. Wenn man fliegt, ist das gar nicht weit. Die Goldinsel liegt dort östlich von hier in der Mitte des Ozeans. Ja, geil. Alter, da weiß ich noch, was ich machen muss. Oh, hier ist andere Musik. Also, bei der Stelle guckt man beim Corti vorbei. Ich weiß nicht, ob er noch YouTube macht. Ich mach die wieder kaputt. Und dann komm ich mit runter. Oh, da kommt schon wieder so ein... ...bib...bibinenbomber. Ouch! Oh! Oh! Ja, gibt's denn richtig! Du bist ruhig! Wieso spawnt das denn alles hier wieder? Oh, nein. Oh, nein. Mensch, geh doch auf. Was ist so los? Warte, ich muss gucken, wie das richtig ist. Weil ich die Skimmel ja gleich hab. Es kommt dann was... ...geliefert. Ah, Corona! Ich bin nur ein trockenen Mund, keine Spange. Oh, das nervt mir gerade hier. Das nervt mich. Ähm... Schön ist, dass du dann rufen kannst, auch wenn ihr Gegner sind. Ich muss mal grad was kriegen. Okay. Voll noch kühl, ey. Aus dem kühle Kühlschrank. So, dann ist er da. Das ist dann die Goldinsel hier, ne? Der Schildkröte... Panzerinsel? Nein, er hat gesagt Goldinsel. Und das ist im Nord. War das für im Nordosten? Golden. Nein, das kann ja nur hier sein, oder? Wo sind das hier? Die ganze Insel ist aus Gold gemacht. Warte, wir schauen uns jetzt nach. Wo wurde die sich... Äh... Und der Insel... Nordöstlich. Genau, dann bin ich ja richtig. Ja. Gut, dann würde ich sagen, weiter geht's hier im nächsten Part. Ähm, danke fürs Einschalten. Lasst ein Like da. Und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. Tschüss.